Ah ja, da fällt mir gerade ein, Sascha hat mich vor ein paar Tagen angerufen und mich um was gebeten. Einfach vergessen, Digga. Scheiß drauf, Digga. Oh mein Gott. Nee, nicht scheiß drauf, aber muss ich noch erledigen. Fällt mir jetzt wieder ein. Ich hatte doch hier irgendwo einen Notizzettel. Ah, ja moin. Da hinten steht's drauf. Da hab ich mir aufgeschrieben, was ich noch brauch. In Destiny, Digga. Kopf und Arme mit einem 60er-Plus-Wert-Erholung. Also mit einem 60er-Roll. Plus Int. Hab ich mir aufgeschrieben, Digga. Damit ich nicht immer die Scheiße zerkrafte. Digga, ich hab bestimmt am Anfang so gute Items weggecraftet. Junge, das Game hat mich so angespuckt. Rein. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch und Lümmel. Wait a minute. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ich brauch ein neues Intro. Ach komm, das Intro kann er doch lassen. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch und Lümmel. Aber auch gut. Auch gut. Gruppos, danke dir für 10 Gegefolge. Schmutz. Ja, das 10er, Digga. Liest da gerade so noch vor, Digga. Bruder, ich sag mal so. So wie dich deine Mutter erzogen hat, hätte sie auch kein Haus von dir verdient. Alles gut, ich nehm das gerne. Ja, meine Mutter hat wenigstens versucht, mich irgendwie zu erziehen. Während Deiner dir gesagt hat, ey, mein Sohn, du hast ADHS durch die Schule. Das wird nix. Na, ABK, dann kommt ein... Bruder, alles gut. 90.000 Euro im Monat zu verdienen. Die Mutter unterstützen zu können. Das ist viel besser, glaub mir. Nein, Kuchen-TV hat mich nicht dafür bezahlt. Niemals! Ey. Ganz weirder Flex. Einer schreibt unter deinem Instagram-Bild. Also, Knossi schreibt, blablabla, das werden Alkoholiker und so. Schreibt einen anderen so unter den Kommentaren von Knossi. Alke. Ja, ja, ja. Chat, ich will mal eine Sage Sachen, Digga. Hat der Cosplay an oder hat der ein Greenscreen? Zwiegen die aus, ob sein Kopf so draufgesetzt ist. Ja, ne? Der Kopf ist einfach nur so drauf, oder? Der ist so. Letztendlich am Ende des Tages muss man einfach sagen... Schwierig, Digga. Ich hoffe, ich mir damit vielleicht nicht nur Freunde mache. Am Ende des Tages sollte trotzdem immer noch jeder für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Hold my beer. Ach komm, lasst du doch uns einfach ein. Ronny baut ein Boot. Das wird safe untergehen. Ihr habt gar keine Ahnung, ne? Ihr habt so gar keine Ahnung. Ich bin euch so überlegen, ne? Euer Leben zieht an euch vorbei, während ich lache. Eine Ewigkeit später. Löcher. Komm, ein letzter Test. Bitte. Ich gebe nicht auf. Das war blöd. Ich bin euch so überlegen, ne? Die zahlen nicht für Arme, ja? Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Da. Auf. Bro. Redalk, Digga. Der Gesichtsausdruck von ihm. Achtet mal auf sein Gesichtsausdruck. Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen doof anhört. Am Ende des Tages bin ich immer noch ein Mensch. Oh, ist auch ein Mensch, aber das ist ein Bild. Wow. Typische Asiaten. Oh, scheiße. Was war das? Du heilige Scheiße. Was war das? Der hat safe seine Perle oben gehört und wahrscheinlich gibt die Perle Kylo immer mehr Crawl-Einheiten, wenn Monte streamt und dann denkt er sich, oh Bruder, schnell hoch. Wir müssen anfangen. Okay, tschüss. Schau, Tim, mach's gut, ne? Ich komm nur nach hier. Achso. Komm, bitte geh. Und der hat gesagt, ich will unbedingt mal einen Bier-Tornado entzünden. Ich schaff das, Leute, wirklich. Geh langsam hoch, langsam. Ich schweite auch da. Der Kameramann bei dem Event hatte ganz viel Spaß. Wer findet sowas, Digga? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Moment. Ja, da drüben. Weil wir nicht so nachhören. Und dann mit den Armen nicht mehr hoch. Boah, einfach eine Werbung. Für Displate, Missplate. Oh mein Gott, mein Herz. Displate. Holy shit, Digga. Bob Lenny. Auch nochmal mit fünf Gegifteten hier am Stissel. Es ist unfassbar. Also wirklich. Einfach nur noch perfekt. Die neuen Avengers, Jungs. Ich sage euch, wie es ist, Chad. Wäre Inscope bei den Avengers gewesen, der hätte Thanos einfach totgequatscht, Digga. Der hätte ihn einfach so zugelabert, dass Thanos einfach geschnippt hätte und sich selber aufgelöst hätte. Besser ist das. Du bist einer von diesen Helden, nicht wahr? Monte ist Thanos? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube, Monte hätte das Avengers Budget einfach verspindelt. Lange nicht mehr. Leute, mache ich extra für euch das Einschlafen. Oh, du ehrenloser Hund, deine Sch***hund hab ich geknickt. Digga. Was hältst du mich? Was soll das sein? Mann, wie kann man so spielen, du dummer H***hund? Du musst sie halt. F*** deine H***hund, der H***hund hat dich. Bis dann, tschau. Jetzt kriegst du eine Stimme gefragt, wo ich die ganze Zeit war. Digga. Wer? Wer hat gefragt, Digga? Geile Clips, Digga. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Clicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck es so viel ab, halt in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpasst. Meine Clips. Der Clip mit Wer hat gefragt war, Bruder, wo ist der Bus mit Leuten, der nach einem zweiten Call of Duty gefragt hat im Zweiten Weltkrieg? Wer hat gefragt, Digga? Bruder, geil, wirklich, Baba Video. Kein Konzept, nimmt sich ja wieder mehr Zeit, um seine Videos zu editieren, merkt man, Props geht raus. Hab ich geliked? Digga, ich hab so, so Alzheimer, hab ich das Video geliked? Ich glaub schon. Auf jeden Fall, Baba Content, bitte weiter so. Sehr geiler. Sehr geiler. Das war's dann.